Wuhuuu! Ja, moin Leute, zu was geht's hier von Dubai, Deiligame Willkommen zu einem neuen Video Heute wieder mit einem Playstation Plus Game Das Spiel heißt Fury Und das Spiel ist mega, mega schwierig Ich hab jetzt 35 Minuten gebraucht Und hab immer noch nicht den ersten Boss besiegt Weil ich einfach die ganze Zeit verliere Das ist sowas von schwer das Spiel Aber ich hab jetzt mir gesagt, ey 35 Minuten, ne Deswegen mach ich das ganze nochmal für euch neu Los geht's So Freunde, wir können jetzt hier bestimmen den Schwierigkeitsgrad Entweder Spaziergang oder Fury empfohlen Äh, Fury empfohlen Habe ich gerade gemacht und das ist sowas von schwer Aber wir ziehen es trotzdem durch You were a weapon A bringer of death And now You're nothing I will keep on killing you Again And again I am Your future And eternity is slow Painful Deaths I hear thunder Bitterbatter Time to wake up I'm not going anywhere I'm staying right here With you Shake your head Nod your head It's time to go See what they did to you Pull yourself together Get out of prison Get out of prison Kill the jailer Fight for your freedom The jailer is the key Kill him Kill him And you'll be free To be fire ز Kill him Kill him Kill him Das war's für heute. so freunde dann wollen wir mal den wächter oder werter genau werte heißt er töten wir haben hier wunderschöne pistolen die kommen mit er und zur seite und der zur seite wie gesagt steuern so einfach dann die ganze zeit auf dem werter drauf wenn das passiert können wir ihn angreifen mit kreis komme ihm blocken das müssen wir wirklich fast die ganze zeit machen wir müssen halt immer die angriffe blocken in der richtigen sekunde sondern kriegen wir leben abzug oder fliegen einfach komplett weg und kriegen daher richtig viel leben abzug nach diesen blocken müssen wir direkt angreifen das war zum beispiel ein perfekter block und kriegt also direkt auf die Fresse ja wenn wir halt zu lange blocken drücken dann äh kriegen wir halt auch Schaden weil dann das blocken nicht zählt müssen halt das immer so ungefähr im richtigen Moment ich hatte gehofft dass du versuchen würdest abzuhören mach dich bereit für den Schmerz ja wahrscheinlich geladener Schutz können mit R2 hier machen richtig schön den Gegner ab wegbashen boom alter zack zack ja hier können wir den hieb aufladen mit viel gedrückt halten macht dann halt eher so eine kombo jetzt kann ich das die ganze zeit durchziehen weil das ist halt so eine frequenz wo der Gegner halt nichts machen kann dagegen zack zack da geben wir ihn jetzt glaube ich dreimal oder so ja und jetzt hat er halt wieder ein leben verloren da oben rechts sind sein leben er hat noch vier fünf leben richtige und sonst halt den balken und das war mein computer mein laptop besser gesagt nicht computer so jetzt können wir ihn auch hier so angreifen ist kein problem aber dieser strahl der macht uns schaden deswegen müssen wir schießen ist eigentlich recht einfach zu verstehen das spiel ist nur mega schwer bis man das alles raus hat mit dem blocken und so ja das ist mies da müssen wir halt so ausweichen und dann ihn dann halt angreifen ist aber noch alles harmlos oder dass die ist auch sehr mies müssen wir ganz nah an ihnen dran sein wenn ihr weit weg seid freunde dann habt ihr direkt verkackt also immer schön nah am Gegner dran sein auch wenn es ein bisschen gefährlich ist das war das war ganz lustig aber jetzt wird's ernst ja wahrscheinlich wird's ernst mein Freund wahrscheinlich wird's ernst die Schocks in den Zellen sind echt fies oder ja die sind sehr fies also steck dich da auch gleich rein wenn ich wirklich fähig bin so mal gucken ob wir einen geladenen Schuss hier hinkriegen ah der weicht aus mies zack schön hier gegeben mit dem geladenen Schuss geladenen Schuss ist eigentlich recht nice wie man sieht also wenn er trifft dann ist es richtig nice diese grünen Dinger sind Leben zack 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 hier seinen Angriff ausgewichen nicht ausgekontert und dann einfach geben soll hier haben wir einen geladenen Schuss wieder gemacht bam alter nimm das damit er direkt erstmal liegt okay das war nix das war aber auch von ihr nix oh das war ein schlecht von mir zack zack okay bumm ah daneben zack nimm das ich geh nicht in meine Zelle zurück wie oft noch ah ok das war mal nix aber wir konnten hier gut kontern das war jetzt nicht so gut ja auch wieder nicht so super also wir kriegen da schon Schaden jetzt ist super jetzt kriegen wir sogar Leben dazu wenn man richtig gut kommt dann kriegen wir Leben dazu das ist eigentlich recht nice aber das muss man jetzt erstmal lernen lauf lieber zurück in deine Zelle und battle mich nicht auf Knien an dich wieder einzusperren achso ich soll hier nicht wahrscheinlich battle ich dich an mich einzusperren oh das ist mies hier das Ding ist mies das zieht mir auch richtig viel ab zack 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 wir müssen ihn aber gleich eigentlich ich hab noch drei live also ich hab's oh oh sogar ausgewischen heftig knappe Sache na Schnauze eigentlich ist es immer am besten mit der Waffe halt immer drauf zack jetzt geben wir ihn zack schön oh ne das war mies das war jetzt mies dafür geben wir ihn aber jetzt auch oh jawoll nein nicht jawoll ja was sollen wir denn dagegen machen er drückt hier Schutz einfach ich glaub da müsste ich ein Megaheap machen glaub ich ich glaub das muss man deswegen machen ich glaub das ist extra dann immer da oh da muss man halt diese R2 und dieses andere Ding drehen ah nimm das alter weh mich das an kurz ach geh sterben also das Spiel ist schon echt nix für schwache Nerven es ist echt schwierig oh Gott da hab ich jetzt aber richtig kassiert oh Schnauze jawoll gerade wo er zu mir rennen wollte oh scheiße oh da kriegst du aber hier wieder das ab oh man oh nicht schon wieder sowas am besten irgendwie vermeiden das ist echt scheiße wenn das wird zack 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 und sogar Leben dazu bekommen nice oh Gott jawoll zack 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 jawoll Freundin wir packen das noch noch zwei Leben hat er wenn ich mit dir fertig bin stehst du so schnell nicht wieder auf ja ja halt dein Maul diesmal werde ich dich besiegen ich bin bereit dafür dich auszulöschen du wirst auch dafür bereit sein so nice hier schön Leben geholt ja wie er sich hier die ganze Zeit teleportiert ne richtiger mieser Hund jawoll wahrscheinlich hä stirb alter nimm das ja wahrscheinlich man die hab ich in der letzten besiegt ich hab nur noch zwei Leben ach ne ach ne ach ne ach ne nimm das alter der geladene Schuss ist einfach göttlich ach ne nein nein oh nimm das oh live 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 oh ne jetzt hab ich gar nichts bekommen oh jetzt krieg ich nur einen Prügel oh daneben nice ja was soll ich denn da machen du fiss geworden boom zack alter zack zack super super konter nun das alter nein 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 ich gewinne das Spiel Leute, der hat nur noch ein Leben. Jetzt wird's schwer. Du kannst mich nicht besiegen. Halt dein Maul. Ich kann jeden besiegen. Oh, jetzt wird's schwer, Freunde. Jetzt muss ich einfach hier durchballern erstmal. Das wird gar nicht so schwer. Aber gleich wird's echt heftig. Einfach hier durchballern weiterhin. Immer wieder, also muss man halt dann wieder durch dieses pinke Ding durch, damit man halt keinen Schaden bekommt. Und jetzt diese Dinger. Da muss man halt auch einfach mit den Fury durch. Ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Teleportationssprung oder was weiß ich. Aber die sind halt... Alter. Das war jetzt richtig schlecht. Oh, jetzt ist das ganz nah dran. Oh mein Gott. Haben wir jetzt voll viel Leben schon verloren. Und nimm das. Ich werde destörten. Ja, ja. Komm. Jetzt darf ich dich mal wieder angreifen. Jetzt darf ich dich wieder angreifen. Wow. Geil. Bam. Alter, nimm das. Ja, ja. Jetzt darf ich mich mal wieder angreifen. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt darf ich mich mal wieder angreifen. Äh. Da ist das. Wir haben jetzt das. Und jetzt darf ich es euch mal wieder angreifen. Und jetzt darf ich dich mal wieder auf einmal auf einmal zu 2014. Also darf ich dich mal wieder. Sie werden verletzt werden. Sie werden wieder auf sich selbst zurückkommen. Bravo! Excellent! Was ein Freude! Nicht dein erstes Mal, richtig? Insofern, die gute Nachrichten sind wir einen Schritt näher zu Frieden. Die schlechten Nachrichten? Es gibt noch mehr, die uns für uns warten. Aber keine Angst, ich weiß sie. Ich kann helfen. Glaub mir, was am Ende all das ist, ist so wertvoll. Du und ich, wir sind jetzt im gleichen Boot. Los geht's los! Ja Freunde, das war die erste Folge von Furry. Wenn ihr es weiter sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Mir hat es echt Spaß gemacht. Natürlich musste ich es jetzt dreimal spielen. Boah, das erste Mal ging gar nicht. Das zweite Mal war auch übel schwer. Und jetzt das dritte Mal habe ich es endlich gepackt. Mit ein bisschen Geduld. Ein bisschen mehr Verständnis im Kopf. Ein bisschen gucken, wie der Gegner so spielt. Und dann schafft man es auch. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!